Hallo meine Lieben, ja wir sind jetzt angekommen. Es war echt ein langer Flug, also fast fünf Stunden sind wir geflogen und ja wir mussten zweimal landen, weil der Wind war zu stark und keine Ahnung, mussten wir noch einmal um die Insel fliegen, aber jetzt sind wir angekommen, wir sitzen jetzt auch schon im Auto, also ich, mein Freund, der muss noch eben das Parkticket einlösen und ja wir haben ein ganz kleines Mini-Auto, ganz süß und ja Sonne scheint, es ist angeblich wohl 22 Grad, aber trotzdem auch sehr windig irgendwie und ja ich freue mich schon so auf die Dusche. und voll den Pickel bekomme, ich hasse es. Ja, ich melde mich einfach später, wenn wir zu Hause angekommen sind oder wenn wir noch unterwegs sind, weil wir müssen jetzt gleich noch eine Dreiviertelstunde mit dem Auto fahren, kommen wir halt irgendwie bei McDonalds an, ich habe mega Hunger, irgendwie ich habe jetzt nur in der Flugzeit, habe ich nur ein Snickers gegessen, wow und ja, dann sehen wir uns einfach später. So, wir sind jetzt fast da, wir sind gerade an der Tankstelle und Folge, wir haben gerade für Benzin 90 Cent. So, wir sind jetzt auf dem Weg, was essen, wir waren gerade einkaufen und deswegen nutzen wir jetzt den Arm ein bisschen ausklingen und ich werde aber erst morgen das Video hochladen können, weil wir heute noch nicht den WLAN-Code haben und ja, also werden die Videos immer einen Tag versetzt sein, aber das ist ja nicht schlimm. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Tschüss. Tschüss.